Moin Leute, willkommen bei ComicIN und herzlich willkommen endlich zu meiner ersten inhaltlichen New Teen Titans Reisefolge. Ich habe heute dabei, ihr seht das, die ersten vier Hefte aus der ongoing geschrieben von Marv Wolfman, gezeichnet von George Perez, aber auch das essentielle Vorspiel aus DC Comics Presents Nummer 26. Dieses Heft gab uns 16 exklusive Seiten, die habt ihr damals zu diesem Zeitpunkt 1980 nur dort bekommen. Eine Geschichte, die uns dann überleitet in die ongoing, also das ist wirklich nicht unwichtig. Wir werden in unserer Reise viele, viele Hefte behandeln. In Sachen ongoing werden wir bis zu 58 vorstoßen, ab der 59 kommen die Reprints und da schließen wir den Kreis, denn das Reprint Heft Nummer 59 der New Teen Titans bildet dieses DC Comics Presents ab. Auf unserem Weg werden wir links, rechts alles greifen, was es an Minis, Specials, One-Shots und was nicht alles gibt, Crossover, Team-Ups, um die Reise so perfekt zu gestalten wie möglich. Ich habe die ersten Hefte gelesen, bin unfassbar heiß, ihr kennt mich, ich liebe das, wenn ich irgendwo einsteigen kann und ich kann in die Vergangenheit schauen, in die Zukunft, auch hier links und rechts, was kann man alles noch verbinden, wo kann ich in meinen Recherchen auf neue Dinge stoßen, dass ich was lernen kann und glaubt mir, das hier ist ein riesiger Spielplatz, wenn ihr sowas auch liebt. Stichwort Erwartungshaltung, die ist natürlich ganz, ganz weit oben. Das hier ist nichts anderes als eine der vom Ruf her allerbesten DC-Geschichten, die es jemals gab, jemals geschrieben wurden und daran muss die Geschichte sich messen lassen, über viele Jahre. Das hier ist nicht umsonst eine Reihe, die zu ihren Bestzeiten Mitte der 80er eine der Top-Seller-Reihen war und sich mit der oder den größten Reihen, nicht nur bei DC, sondern auch von Marvel messen lassen konnte und durfte. Dementsprechend erwarte ich hier einen qualitativen, absoluten Top-Knaller, der uns eine Gruppendynamik hier vermittelt, die unvergleichbar gut ist, insbesondere dann auch mit modernen Comics, die solchen Comics wahrscheinlich nicht das Wasser reichen können. Die damalige Zeit, ihr wisst das, liegt mir ein bisschen mehr am Herz als die modernen Comics, von daher hoffe ich, dass ich mich in diese Reihe verliebe und ich kann mich jetzt schon mal sagen, die ersten fünf Ausgaben hinter mir, die haben eine sehr gute Grundlage gelegt. Das hier wird ein sehr langes Video, denke ich mal, gehe ich von aus, da ich sehr viel unterwegs war, Referenzen gezogen habe und mich in diese Charaktere, in diese Gruppe einfach auch mit einfügen wollte. Ich wollte in dem Fall auch einer der Teen Titans sein und die Jungs und Mädels so gut kennenlernen, wie es nur geht, damit wir den weiteren Weg beschreiten können. DC Comics Presents Nummer 26, da geht es ja schon los. Auf den ersten Blick eine nicht sonderlich vielsagende Reihe, abseits der großen Ongoings. Was war das damals? Eine Superman-Team-Up-Reihe, die im Jahr 1978 gestartet ist, bis 1986 lief und ganze 97 Ausgaben hatte. Warum man da nicht noch auf die 100 ging, weiß ich nicht. Das hat man mit anderen großen, beliebten Reihen gemacht, die hat man dann mit der 97 gestoppt. Ist nicht das einzige Mal, dass es hier so Previews gab, aber Teen Titans sind definitiv die größten. Und hier gab es dann halt auch die Erstauftritte von Cyborg, Raven und Starfire. Also für Keyhunter ist das hier die Ausgabe, auf die ihr gehen müsst, wobei die anderen natürlich auch in jeder gut gepflegten DC-Sammlung vorrätig sein sollten. Diese Reihe ist natürlich auch noch bekannt für andere Superman-Team-Ups, jetzt mal losgelöst von den Titans in dem Fall. Wir haben da beispielsweise Superman mit den ersten Mongul-Auftritten, ziemlich cooles Zeug, das hätte ich gern nochmal. Oder auch sowas wie Superman-He-Man, was in dieser Reihe sehr beliebt ist, aber auch das Crisis on Infinite Earth Aufeinandertreffen von Superman und Superboy, wo es da einen sehr interessanten Clash gibt, was die Chronologie natürlich auch so ein bisschen gerade ziehen muss. Marv Wolfman, unser Autor für die New Teen Titans, war damals schon ein paar Jahre im Geschäft. Der debütierte für DC 1968 an der Reihe Black Hawk, ein Themenkomplex, der für mich jetzt persönlich nicht so interessant ist, aber der war danach auch schon an Batman-Ongoing-Heften dran, wodurch er natürlich in Kontakt kam mit Dick Grayson als Robin, den er hier als Anführer seiner New Teen Titans aufbaut. Und diese Batman-Geschichten werden später auch wichtig sein für unsere ersten Hefte hier. Also da sieht man schon so ein bisschen, woher es kommt. Im Laufe der Jahre hat er unglaublich viel Teen Titans geschrieben, alle Gruppierungen und Umbenennungen, die es da so gab. Überall hatte Marv Wolfman seine Finger mit im Spiel, also richtig viel Zeug. Und aber auch Spin-Off-Reihen wie Deathstroke The Terminator, den wir hier noch in der Nummer 2 heute sehen werden. Oder auch nochmal Dick Grayson in der Nightwing-Reihe, ab der Nummer 125. Also der hat auch über viele Jahrzehnte hinweg so seine Charaktere geschrieben. Das fand ich ganz interessant. George Perez war da eher ein unbeschriebeneres Blatt. Der ist nämlich 1980 debütiert in einer Flash-Ausgabe und hatte dann im selben Jahr noch seinen Start hier mit DC Comics Presents bzw. den New Teen Titans. Der stand da also noch ganz am Anfang und da fand ich es recht verwunderlich. Der hat gar nicht so viel Zeug für DC gemacht, wirkt im ersten Moment so. Das sind aber hauptsächlich dann die großen Events, sei es War of Gods, Infinite Crisis oder Final Crisis hat er auch viel gemacht. Also da hat er schon an den großen Sachen gesessen. Weniger Ongoings. Da hat man eigentlich nur die New Teen Titans oder auch Wonder Woman, aber sonst hat er nicht so wirklich die Finger mit im Spiel, wenn es an lange Reihen ging. Das hier war auch nicht die erste Teen Titans Gruppierung. Die findet ihr nämlich in Brave and the Bold Nummer 54. Das war aber noch inoffiziell. Da sind Robin, Kid Flash und überraschenderweise für mich Aqualad als erste inoffizielle Titans Gruppierung aufgetreten. In der Nummer 60 der gleichen Reihe hatte man dann auch das erste Heft, was mit Teen Titans betitelt wurde. Also das dauerte nicht sonderlich lange. Da hat dann beispielsweise auch Donna Troy ihren ersten Auftritt gehabt. Ebenfalls für mich überraschend, ich hätte nicht gedacht, dass Donna Troy wirklich in einer Teen Titans Storyline debütiert hat. Ich hätte eher vermutet, dass sie dann direkt aus einer Wonder Woman Storyline entstanden ist. Aber so kann man das alles ganz gut einordnen und ich denke, das öffnet für eine Donna Troy beispielsweise auch ganz andere Potenziale als für andere Figuren, die halt in ihren eigenen Reihen irgendwo debütiert sind bzw. bei ihren Haupthelden wie einem Batman. Bevor wir hier inhaltlich reingehen in die einzelnen Hefte, macht es denke ich mal Sinn, wenn wir die Gruppe einmal zusammenbringen und die Namen nennen. Wir haben also Dick Grayson als Robin damals noch. Wir haben Wally West damals noch als Kid Flash. Wir haben den ehemaligen Beast Boy, der sich ab diesem Heft The Changeling nennt. Wir haben Donna Troy als Wonder Girl. Wir haben ganz neu und frisch Cyborg. Wir haben ebenfalls neu und frisch Starfire sowie genauso neu und frisch auch noch Raven. Das habe ich jetzt bewusst so oberflächlich gemacht, da wir auf die Probleme der einzelnen Figuren gleich in Folge eingehen werden. Was ich so toll finde an dieser Reihe und was ich unglaublich finde und das steht auch für diese Zeit an Comics. Du hast Mark Wolfman und George Perez von Tag 1 an eine Aussicht für die nächsten Jahre gestellt. Bringt uns DC ein Konzept, zeigt es uns auf und ihr bekommt die Reihe für die nächsten Jahre. Natürlich müssen auch die Verkaufszahlen stimmen, aber du merkst sowohl dem DC Comics Presents als auch der 1 und der 2 und der 3 an, hier wurde ein Konzept aufgebaut für mindestens 50 Ausgaben. Das findet man heutzutage nicht mehr. Hier werden so viele Storystränge und Plots aufgemacht. Ich garantiere euch, ihr verliebt die Übersicht. Wenn ihr die Hefte hier lest und ihr sollt danach nochmal alle offenen Plots und angebrochenen Storystränge aufzählen, das schafft ihr gar nicht. Das hier sind wahrscheinlich Storystränge im zweistelligen Bereich. Das sind natürlich alle Charaktere aus unserer Gruppe, aber auch noch Schurken und andere Events, die hier plötzlich mit einreißen. Eine unglaubliche Aufgabe, die uns da jetzt bevorsteht und ich hoffe, wir bringen das alles einigermaßen gut zusammen. Da wir alte Frevler sind, ignorieren wir jetzt einfach mal komplett das Superman-Team-Up aus DC Comics Presents 26, das von Jim Starlin ist. Ein Aufeinandertreffen von Superman und Green Lantern, also ziemlich geil. Aber das schieben wir für diese Reise einfach mal beiseite. Wir beginnen mit dem Teen Titans Feature. Wir haben unsere Hauptfigur, Dick Grayson und Robin und befinden uns in einem Geiseldrama, aber der ist sich nicht so ganz klar im Kopf, weil er plötzlich in eine andere Realität gerissen wird. Also er switcht hier immer mal wieder zwischen Dimensionen und befindet sich dann stellenweise bei einer neuen Teen Titans Gruppierung, die auch schon alle auf einem Stand sind, die einander kennen, obwohl hier neue Charaktere in der Geschichte drin sind. Raven, Cyborg, Starfire. Und für alle ist das selbstverständlich, außer für Dick Grayson, der hier also eine Art Vision hat. Man kann es nicht ganz deuten, weil er ist offensichtlich auch wirklich körperlich dort anwesend und switcht dann halt wieder in die wirkliche Realität. Auf der einen Seite gibt es also dieses Geiseldrama und auf der anderen Seite müssen wir mit den Teen Titans eine außerdimensionale Bedrohung bekämpfen mit einem Blobwesen, was aber auch eine Schwarmintelligenz ist, die wir irgendwie eindämmen müssen. Ihr merkt das durch das Hele und Herwerfen in der Geschichte und dadurch, dass Robin auch überhaupt nicht weiß, wo und wann und wie er gerade irgendwo unterwegs ist, ist das natürlich relativ komplex hier zu folgen. Das ist in weiteren Heften auch so, dass die Stories auch allein durch die reine Anzahl der Charaktere nicht die einfachsten sind. Ich will jetzt auch direkt auf den Punkt eingehen, dass ich oftmals gehört habe, als jetzt bei Panini die Bände vor ein paar Jahren nochmal aufgelegt wurde, wurde gesagt, ja, das sind ja so alte Comics, das können wir gar nicht lesen. Das macht ja keinen Spaß, diese Comics zu lesen. Das kann ich so überhaupt nicht unterschreiben. Die Leistung von Marv Wolfman damals, ja, man merkt, diese Reihe ist vielleicht noch ein Kind ihrer Zeit und da gibt es durchaus schon Captions, die sind unnötig oder in gewissen Panels einführende Texte, die vielleicht nicht hätten sein müssen. Das ist aber schon sehr reduziert. Wir haben hier kein Golden Age Comic, wo einzelne Panels zur Hälfte nur aus Captions und Introduction bestehen. Das überhaupt nicht. Man nutzt es hier als Stilmittel und es ist durchaus noch ein rudimentäres Überbleibsel. Das schon. Aber es ist nicht störend aus meiner Sicht. Die Dialoge sind natürlich viele und auch da sind vielleicht einige zu viel. Das hilft aber insbesondere in dieser Zeit, die Charaktere wirklich auszufeiern. Das ist etwas, was mir in modernen Comics tatsächlich sehr fehlt. Eine Gruppe, die schnacken nun mal auch viel miteinander und schnacken auch viel Blödsinn. Da hilft es natürlich sehr viel weiter, dass man hier selbstverständlich unterschiedliche Charaktere hat. Natürlich labert ein Robin hier nicht so viel Bullshit wie ein Changeling. Beispielsweise. Ich werde auch darauf achten, dass ich ihn weiterhin Changeling nenne hier. Für die Zeit, wie er Changeling genannt werden will. Das ist natürlich, dass die einfach viel labern. Und diese Charaktere kennen sich ja zum Teil auch gar nicht. Die sind ganz neu für die ganze DC-Welt. Natürlich muss da eine gewisse Einbettung in Form von Dialogen und Texten auch geschehen. Das ist nichts Selbstverständliches. Ich ganz ehrlich persönlich genieße das total, wenn hier eine Wall of Texts auf mich zurennt. Also die nehme ich wirklich gerne an. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ermüdend ist oder ähnliches. Ich habe jede Seite dieser Hefte wirklich genossen. Das hier war gefühlvoll geschrieben. Sehr nah an den Charakteren. Und das hier ist natürlich bisher total character-driven. Die machen den Plot aus. Die machen den Plot spannend. Und ihre Einzelschicksale dann im Verbund als Gruppe sind das Salz in der Suppe. Von daher, ich habe schon das Gefühl, dass diese Comics aus ihrer Zeit stammen. Aber damals waren das hier sehr revolutionäre Comics auch. Die das Comic-Game vorangetrieben haben in ihrer Art und Weise. Also das merkt man diesen Heften ganz klar an. Das war richtig, richtig guter Scheiß damals. Und das ist immer noch verdammt gute Arbeit. Wie man es in anderen Medien auch gerne tut, Beispiel Videospiele, ist das hier am Anfang so ein Heft, wo wir die Gruppe schon mal in einem vertrauten Status sehen. Dementsprechend eingespielt ist sie, dementsprechend gut können die einzelnen Charaktere ihre Kräfte nutzen. Das hier ist ein Showcase, was einfach sein kann, wenn man die Reihe dann etwas laufen lässt. Wenn sich diese ganzen Verbindungen wirklich zusammenschweißen und wenn sich da eine richtig homogene Gruppe draus ergibt, obwohl man natürlich individuelle Schicksale beleuchtet. Das ist das, was sein kann und hoffentlich sein wird. Dementsprechend muss dieser Status natürlich wieder genommen werden, runtergefahren werden. Heißt, in den kommenden Ausgaben kennen wir uns noch nicht so gut. Das Zusammenspiel als Gruppe, das Teamwork, das geht noch nicht ganz so gut auf. Es gibt viele Differenzen innerhalb der Gruppe. Das ganze Vertrauen muss erst aufgebaut werden. Aber das ist doch das Schöne. Genauso eine Entwicklung wollen wir doch auch sehen in der Reihe, oder? Ich sehe schon, dass dieses Heft essentiell ist, weil genau auf diesem Plot rund um Robin dann aufgebaut wird in den nächsten Ausgaben. Man könnte es, man könnte es zur Not auch weglassen. Der Rest funktioniert auch so. Aber ich finde allein schon diesen Ausblick, was könnte sein, schon sehr, sehr schön. Auch da merkt man schon, was für eine Vision Hoffman und Perez von ihrer Teen Titans-Gruppe damals hatten. Ich möchte gerne bei Changeling anfangen, weil das war so der erste Moment, wo ich drüber gestolpert bin. Moment, hier ist was anders als sonst. Warum willst du nicht mehr Beast Boy genannt werden? Warum willst du jetzt der Changeling sein? Hat für mich eine ganz einfache Erklärung, aber ich will trotzdem erstmal gucken, wo kommt der Charakter her? Eingeführt bei der Doom Patrol in Volume 1, Ausgabe 99, ich auch hier leider an der 100 vorbei, 1965, bis er dann auch adoptiert wurde in den unteren 120er-Nummern ungefähr. Also Changeling hatte schon seine Vergangenheit bei DC und ist dann zu den Teen Titans in Volume 1 nicht sonderlich früh getroffen. Es gab ein Aufeinandertreffen in der Ausgabe Teen Titans Volume 1 Nummer 6 und dort gab es sogar eine Leserabstimmung, ob damals noch Beast Boy in die Teen Titans-Gruppe aufgenommen werden sollte oder nicht. Das hat dann aber super lang gedauert, bis zur Teen Titans Volume 1 Nummer 50, fortlaufend, dass er dann auch seinen Platz bekommen hat bei den Teen Titans West. Also ich weiß nicht genau, wie die Abstimmung damals geendet ist, aber er hat seinen Platz auf jeden Fall bekommen. Dass er jetzt Changeling genannt werden will, wurde hier noch nicht erläutert. Ich hoffe, wir bekommen den Hintergrund noch. Für mich bedeutet das aber eins, besonders dann, wenn wir auch zu Dick Grayson beispielsweise rüber gehen. Diese Gruppierung, das sind Teenies, das sagt der Name schon aus, das sind Jugendliche im weitesten Sinn, auch wenn man es einigen nicht anmerkt, wie Starfire oder Cyborg. Aber das sind Charaktere, die müssen jetzt in diesem Moment ihren eigenen Weg finden. Sich von ihren eigenen Vorbildern und Lehrmeistern, wie zum Beispiel einen Batman, lösen. Eigene Charaktertraits, Charakterzüge entwickeln und ihren eigenen Mann bzw. ihre eigene Frau stehen. Das hier ist eine Geschichte, die sich rund um Emanzipation einzelner Charaktere rankt. Und das finde ich total toll, weil wir davon ausgehen können, dass Charaktere nicht auf einer Stelle stehen bleiben. Vielleicht kann das mal für den einen oder anderen Plot genutzt werden, dass man sich in eine Sackgasse manövriert, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass jeder dieser Charaktere große Schritte nach vorne macht. Besonders, weil man hier so mit vielen Charakteren in einer leicht trotzigen Phase ist. Das ist besonders schön dann bei Dick Grayson als Robin zu erkennen. Da können wir auf die Batman Nummer 330 referenzieren, die von Marv Wolfman geschrieben wurde, wo das Verhältnis zwischen Dick und Bruce langsam zu bröckeln anfing. Dick war nicht mehr auf dem College, hat das abgebrochen, das fand Batman schon mal gar nicht gut. Und Dick war es leid, dass Bruce ihn immer nur als wirklich seinen kindlichen Unterstützer ansieht. Dass er ihn nicht als Partner auf Augenhöhe sieht. Das ging ihm voll gegen den Strich und das beschäftigt ihn auch hier in mehreren Ausgaben. Besonders auffällig dann, wenn die Teen Titans hier auf die Justice League treffen und gegeneinander kämpfen müssen. Dort ist er zwar auch auf gewisse Art und Weise fremdgesteuert durch die 4 Sim 5, auch da kommen wir gleich noch zu, aber man merkt, dass es so aus seinem Innersten einfach herausbricht, was er da Bruce an den Kopf wirft. Und ich kann es irgendwo verstehen, dass er keinen Bock mehr hat, der einfache Kinderpartner von Batman zu sein. Einer dieser Plots, die schon sehr früh hier verankert wurden, von Beginn an, die wir dann zum Beispiel im Judas Contract mit auflösen werden. Also hier vergehen Hefte und Jahre, bis wir diese Storyline zu den einzelnen Charakteren teilweise beenden werden. Und das ist halt großartig, dass man eine Entwicklung so detailliert auch verfolgen kann. Das sind ja emotionale Entwicklungen. Daher freue ich mich da total drauf. Dementsprechend habe ich mich auch gewundert, warum wacht hier Dick Grayson von seinem Albtraum in einem Penthouse auf und nicht Wayne Manor oder wo auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Also das sind so kleine Details, über die man stolpert und wo man sich fragt, wo stammt das denn her? Und so geht es halt allen Charakteren. Alle haben irgendwas zu beweisen und besonders stehen Differenzen mit Familienmitgliedern oder im erweiterten Sinne Familie im Vordergrund. Die Teen Titans selbst werden eine große Familie. Davon muss man sich aber gegebenenfalls von den alten Familien etwas lösen oder etwas herauswachsen. Nicht, dass man da die Verbindung komplett wegschneidet, aber das ist erstmal der Gedanke der Emanzipation. Innerhalb der DC Comics Presence Ausgabe bekommen wir dann auch noch das zweite Familiendrama geliefert in Form eines neuen Charakters Cyborg, der durch seinen Vater genaue Hintergründe kennen wir noch nicht, ummodifiziert wurde, um ihn zu retten zu einem Hybridwesen. Was er nicht weiß, dass sein Vater auch sterbenskrank ist. Hier entspinnt sich also eine wirklich dramatische Geschichte. Der eine Charakter, der neue Held, weiß nicht, warum er jetzt ein Freak ist, entstellt und damit befindet er sich ja in guter Gesellschaft mit Changeling, der ja auch aus einer Freakgruppe der Doom Patrol entstanden ist, weiß aber selbst nicht, dass sein Vater selbst unheilbar krank ist. Auch die Mutter scheint aufgrund der Experimente gestorben zu sein. Also hier bin ich total gespannt, was da an Background auch noch auf uns wartet, denn das ist wahrscheinlich die Geschichte mit dem größten emotionalen Gewicht. Also man merkt, Cyborg ist hier super belastet durch seine ganze Vergangenheit. Da freue ich mich mega drauf. Auch hier ist das die zweite schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Wir haben da Robin Batman, wir haben Cyborg mit Dr. Stone, seinem Vater. Wir bekommen ja aber auch noch, und das macht diese ersten Hälfte auch so ein bisschen aus, Deathstroke und Ravager in der Ausgabe 2. Auch eine sehr schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Und was uns in Helf 4 dann auch noch eröffnet wird, Raven und Trigon. Dort ist das Wort noch nicht gefallen, dass sie seine Tochter ist, aber man kann es schon zwischen den Zeilen rauslesen. Zumindest die Mutter hat man auch schon gesehen. Und auch das ist kein gutes Verhältnis, das man da im Tempel von Azeroth mitbekommen hat. Das ist auch einer der Stützen dieser Geschichte. Familie, Vater, Sohn bzw. Tochterbeziehung. Das wird uns, denke ich, auch lange begleiten. Am Ende des Heftes wird Cyborgs Vater, Doktor oder Professor Stone natürlich gerettet. Robin weiß gar nicht, wie sich die Geisel-Drama-Geschichte dann zum Guten wendet. Zumindest zu der Blob-Geschichte bekommen wir ja eine logische Auflösung. Aber grundsätzlich hat mich das Heft auch story-wise ein bisschen verwirrt zurückgelassen. Also da ist nicht alles astrein ausgeschrieben, aber hier öffnet sich ja so viel Potenzial und hier wird so viel aufgemacht, dass es deutlich höher zu bewerten als die eigentliche Story in diesem Heft. Also dieses Heft sollte keine geile Story liefern. Das sollte einen darauf vorbereiten, was für geile Stories kommen werden. Und unterm Strich kann man eins festhalten nach diesem Heft. Es geht um die Emanzipation und eine neue Generation an unseren altbekannten Helden. Eine neue Generation, die jetzt bereit zu sein scheint. Gehen wir rein in New Teen Titans Nummer 1 und ich denke, das ist der perfekte Zeitpunkt, um kurz über George Perez zu sprechen. Mit diesem einführenden Splash-Panel auf Seite 1. kam mir bekannt vor. Ich wusste direkt, oh, das hatten wir schon in der Crisis on Infinite Earth Nummer 7. Bis ich realisiert habe, warte, das hier ist ja noch ein paar Jährchen älter. 1980 und die Crisis war 85-86. Also hat er sich an diesem Splash-Panel bedient, um sein ikonisches Cover darzustellen. Hier dann nicht mit Superman, Supergirl, sondern mit Dick Grayson und Starfire. Was ja auch schon wieder in die Zukunft gedacht ist, die Verbindung, die die beiden so sehr thematisiert haben. Ich fand es hier schon saugeil. Ich finde allgemein, George Perez, du merkst, dass er beeinflusst ist durch die Kunst von Jack Kirby. Das siehst du beispielsweise immer, wenn es um Raven geht und sie aus diesem Rauch entsteigt, wenn sie irgendwo wieder auftaucht aus dem Nichts. Du siehst das, wenn es irgendwo in Richtung Magie geht und irgendwelche Kraftstrahlen gefeuert werden. Überall hast du Kirby Crackles hier auf jeglicher Seite. Man sieht, woher es kommt, aber ich finde, er denkt das Ganze noch weiter, wo Kirby halt schon in seinem Stil dann irgendwo auch festgefahren war, der richtig geil war für seine Zeit und ich finde immer noch zauberhaft wirkt heute, wenn man die richtigen Werke hat. Wenn ich da zum Beispiel an Devil Dinosaur denke, was er da verbindet für magische, aber auch mechanische Elemente. Das ist unfassbar gut, was er damals geschaffen hat auf seine Art und Weise. Aber George Perez denkt das Ganze noch in einem anderen Detailgrad weiter, der es realistischer erscheinen lässt. Der nimmt diese märchenhafte Komponente da so ein bisschen raus, die ganz fetten Outlines und so, die fährt er etwas runter. Du siehst bei gewissen Figuren und deren Designs noch die Kirby-Molds auf jeden Fall, besonders auch da in Heft 4. Da haben wir so einen Magier-Zirkel, der Trigon aussperren will von der Erde. Das ist eine absolute Kirby-Doppelseite. Aber du siehst, dass George Perez da seine eigene Note reinbringt und die bringt das Ganze so nach vorn und modernisiert diesen Kirby-Stil auch enorm. Ich finde, was Perez hier macht, ist unfassbar gut. Besonders, wenn er sich in kleineren Panel-Abfolgen verliert. Das muss gar nicht mal so krass auffallend sein. Wir haben hier zum Beispiel einmal Kid Flash, wie er durch verschiedene Panels saust und dann in den Pool springt. Das sind so kleine Eye-Catcher, aber die Liebe liegt fast in jedem Panel. Jedes Panel sieht außerordentlich gut aus. Manchmal gibt es, besonders wenn er auf Distanz etwas zeichnet, so eine gewisse Verwechslungsgefahr. Auch hier Titans gegen Justice League. Du bist dir nicht ganz sicher, ist das jetzt Donna Troy oder Wonder Woman, wenn er aus der Entfernung zeichnet. Aber letztendlich lässt sich das dann über Dialoge aufdröseln. Aber sobald du Gesichter oder Figuren wirklich aus der Nähe betrachten kannst oder ganze Gruppen, toll. Und besonders, wenn er so Set Pieces und Szenerien in Splash Panel darstellt, das ist unfassbar krasse Kunst, die er da aufs Papier bringt. Also George Perez zeigt dir allein schon, was für ein unglaubliches Talent damals auch schon in ihm geschlummert hat. Und es wurde ja nicht viel schlechter. Der Einstieg ist ulkigerweise ein Epilog, also das Ende einer Geschichte, mit der wir hier in Ausgabe 1 beginnen. Das ist die Geschichte zu Starfire, dass sie von einem Raumschiff gejagt wird, dass sie von irgendwo flieht, von irgendeinem Planeten wahrscheinlich. Und das Raumschiff soll von Okara kommen. Das hat mich ziemlich gefreut. Das ist der Planet von La Fleece, uns gut bekannt, aus der Green Lantern Blackest Night Reise. Auch wieder so kleine Verbindungen, wo man sich dann einfach darüber freut. Die Geschichte von Starfire wird uns dann natürlich auch noch lange begleiten. Wird sich jetzt, wollte ich in dem Kontext La Fleece direkt Starsefire sagen, weil es ist nur Starfire, die für uns hier natürlich eine große Unbekannte ist. Das wird sich auch nach und nach aufdröseln, genauso wie die Geschichten rund um Cyborg und Raven. Das ist nicht dafür gemacht, in einer Geschichte einfach abgehandelt zu werden. Dementsprechend verdutzt war ich auch, als wir hier mit einem Epilog gestartet sind. Und Starfire muss als Außerirdischen natürlich auch erstmal ankommen auf der Erde, gewisse Dinge lernen, Verhaltensmuster lernen. Das ist gerade so das, was uns bei Starfire beschäftigt. Die Sprache lernt, das tut sie über physischen Kontakt. Beispielsweise gibt sie Dick Grayson hier einen Kuss, was natürlich auch hier schon eine enge, enge Verbindung stürt. Man merkt, sie hat da wirklich Lust drauf, ihn zu küssen. Sie hätte das auch anders lösen können und er ist natürlich hin und weg von ihr. Diese wunderschöne Außerirdische in dieser Form, das ist natürlich toll. Ich finde es auch hier grandios, wie sie direkt in die Gruppe eingeflochten wird. Nicht nur, dass sie verschiedene Verbindungen zu allen Mitgliedern dieser Gruppe hat. Du hast Dick Grayson als kommendes Love Interest hier schon ganz klar festgelegt. Du hast Changeling, der wirklich bei jedem Lebewesen mit zwei Beinen und Brüsten am Körper ganz große Augen macht und total chauvinistisch, aber immer noch humorvoll hier veranlagt ist. Dann hast du die Verbindung zu Donna Troy, die hier schon relativ eng gesetzt wird, die sich natürlich ein bisschen unterscheiden von Raven als Außenseiterin, die sich nicht so öffnen kann, die noch nicht sprechen kann, warum sie denn überhaupt der Gruppe angehören will und so und warum sie die Gruppe zusammengeführt hat. Aber Donna und Starfire sind da schon sehr viel offen im Umgang miteinander und merken auch, dass sie sich gegenseitig irgendwo beschützen müssten in dieser bisher doch eigentlich Jungs dominierten Gruppe. Das ist schon eine echt tolle Verbindung. Man merkt, da wird eine echte Freundschaft draus entstehen zu diesem Zeitpunkt. Also Starfire ist auch enorm interessant, weil sie halt aufgrund ihrer Herkunft auch so eine andersartige Figur ist. Nicht im schlechten Sinne, sondern weil da viel Spannung drin liegt und sie gewisse Dinge einfach noch lernen muss. Besonders in Heft 3 wird noch mehr ihrer Vergangenheit offen gelegt, aber das war es bestimmt noch nicht. Ich fand es wunderschön, wie Tamarin hier gestaltet ist, ihr Heimatplanet. Da bin ich definitiv mit meinen Augen ein bisschen kleben geblieben. Und es ist großartig, wie Starfire hier schon mit einem sehr klaren Blick auf ihre Vergangenheit blicken kann. Und das hat sie anderen Charakteren in dieser Gruppe wahrscheinlich auch schon voraus, die ihr sagen, wie konnte dich deine Familie, deine Königsfamilie einfach als Opferlamm einem anderen angreifenden Volk übergeben oder überlassen. Es war so, dass das die einzige Möglichkeit war, den Planeten zu retten, indem man Starfire opfert und diesen Angreifern, Eroberern übergibt. Damit die die Finger von dem Planeten lassen. Corey guckte aber gar nicht mit Groll nach hinten. Also Starfire, Coriander ist ihr Name von Tamarin, dementsprechend Corey, schaut da gar nicht so böse zurück und sagt, was ist meinen Eltern denn anderes übrig geblieben? Hätten sie mich nicht geopfert, mich nicht übergeben, dann wäre sowohl der Planet als auch ich ausratiert worden. Und ja, damit hat sie ja recht und dementsprechend ist das ihr sehr hoch anzurechnen, dass sie ihren Eltern da wirklich keine negativen Gefühle gegenüber hegt. Also wirklich groß zu diesem Moment. Wird natürlich dann auch nochmal spannend, weil wir hier auch schon wissen, das klingt durch, sie hat sowohl eine Schwester als auch einen Bruder und das wird noch zu Spannungen führen. Am wenigsten konnte ich leider über Kid Flash Wally West herausfinden zu diesem Zeitpunkt. Hier wird zwar gesagt, dass er das Superhelden-Dasein an den Nagel hängen wollte, vertieft wird das aber nicht. Dementsprechend hätte ich an der Stelle natürlich gerne das Wiki weiter bemüht, aber Referenzen und Querverweise vor 1980 sind da nicht so geil gepflegt. Nicht im Regelfall. Aber ich habe natürlich meine Verbindung bemüht und Flo konnte mir da weiterhelfen. Denn Wally West wurde zu diesem Zeitpunkt immer langsamer und die Nutzung der Speed Force bedrohte sein Leben. Deswegen hat er da für sich erstmal den Schlussstrich gezogen. Was natürlich perfide ist, dass er dann einfach so mir nichts dir nichts bei den Titans dabei ist und dann auch noch so enorm ein Auge auf Raven wirft. Was hinten daraus klar wird in der Nummer 4, wo offenbart wird, dass Raven ihn manipuliert hat, weil sie ihn für ihren Plan zur Eindämmung einer neuen großen Bedrohung, Trigon, benötigt. Das treibt natürlich einen großen Flock in diese Gruppe und man muss gucken, wie stehen die Charaktere nach diesem jetzt ersten Vertrauensbruch rund um Raven noch zueinander und können die New Teen Titans so überhaupt bestehen. Sehr spannende Frage und natürlich auch sehr interessant, wenn man hier einen Charakter installiert, dem allein durch die Justice League schon gesagt wird, wir hätten dich ja gern unterstützt, aber Satana in dem Fall konnte in dir sehen, dass das Böse schlummert. Kann man so einen Charakter überhaupt tragen in so einer Heldengruppe, besonders wenn die Helden noch relativ unerfahren sind. Großartige Fragestellung, großartig, dass man hier einen Imposter in die Gruppe setzt, ohne dass das aus Sicht des Charakters beabsichtigt war, weil so einen Plot bekommen wir ja noch viel später. Toll. Tolles Lineup hier schon für die Reihe, finde ich ganz großartig. Und dann hast du natürlich auch noch Donna Troy, wo wir hier auch schon die Frage nach der eigenen Identität aufgeworfen bekommen. Und wir hatten in unserer Reading Order schon gesehen, es gibt zum Beispiel eine Ausgabe mit dem Titel Who is Donna Troy? Die Figur, die in Brave and the Bold Nummer 60 eingeführt wurde und wir sehen hier nur einen leichten Auszug aus ihrer Vergangenheit, wie Wonder Woman sie aufgelesen hatte aus einem brennenden Haus ihre Eltern, vielleicht, oder waren es nur Pflegeeltern? Ich glaube, es waren sogar nur Pflegeeltern, dort gestorben, verbrannt. Was jetzt mit ihrer Herkunft ist, wo kommt sie eigentlich, wer ist sie eigentlich? Diese Frage wird uns zu Donna Troy beschäftigen und kein Wunder, dass besonders Donna so viele verschiedene Rollen auch hin bis zu New 52 dann eingenommen hat. Also da dreht sich auch die Infinite Crisis und der Auftakt sehr stark rum. Return of Donna Troy, was sie alles schon war für das DC-Universum. Das ist hier auch angelegt. Also auch sehr schön, dieser Auftakt. Ebenfalls Donna Troy mag ich sehr gerne, ist mir sehr sympathisch, die Figur. Das wird ebenfalls eine tolle charakterbezogene Reise zwischen Donna und mir in dem Fall. Hier merkt man also schon total stark und ich finde, das ist das Geile. Das sind nicht einfach irgendwelche Teens, die sich hier zusammenfinden und Heldentaten vollbringen wollen, wie das oftmals heutzutage der Fall ist. Das sind alles schwer belastete Figuren schon in ihren jungen Jahren. Und dementsprechend ist es natürlich so toll, dass man sie über viele weitere Jahre verfolgen kann und diese Dynamik in der Entwicklung mitbekommen kann. Total klasse, auch zu Donna Troy dann wahrscheinlich. Hier wird übrigens Themyscira so noch gar nicht genannt. Es ist einfach nur Paradise Island, die Paradiesinsel. Vom alleinigen Plot her läuft hier auch noch gar nicht so viel. Starfire stürzt ab in eine Wohnung von Privatpersonen, die wir dann auch noch begleiten werden in die Ausgabe 2, weil das ein ziemlich toxisches Beziehungskonstrukt ist und wir Grant, Grant Wilson natürlich auch wieder sehen werden, wird trotzdem angegriffen von ihren außerirdischen Verfolgern und Starfire müssen wir da natürlich retten. Und so wird sie dann auch Teil unserer Gruppe. Alles ganz schön. Auch Robin, der die Gruppe schon wunderbar analysiert, ihre Potenziale, ihre Kräfte, das ist schon ganz cool. Wir gehen rüber in die Nummer 2 und auch hier natürlich also dieser anfänglichen Splash Panel, mega nice. Du siehst direkt den Terminator, Deathstroke und ich bin ganz froh, dass er hier auch schon Deathstroke, The Terminator genannt wird, weil ich hätte jetzt keine Lust, immer nur Terminator zu sagen. Wir sehen Hive, eine Organisation, die ihn anheuert, beziehungsweise dann auch seinen Sohn, jetzt habe ich schon gesagt, Ravager Grant, genau den aus der Beziehung eben, wo Starfire reingekracht ist in die Bude. Und auch da habe ich natürlich erstmal geschaut, was hat es mit Hive auf sich, eine Organisation, die sich auf Attentate und Auftragsmorde spezialisiert hat, die tatsächlich auch schon ein bisschen Historie in diesem Moment hatte. Die trat nämlich das erste Mal in der Reihe Superman Family auf und später auch nochmal in Action Comics beispielsweise, bevor man hier hinkommt. Und Superman Family ist eine Reihe, die früher Superman's Paul Jimmy Olsen hieß, die es euch vielleicht ein bisschen bekannter. Die wurde aber ab der Nummer 164 umbenannt in Superman Family. Gar nichts uninteressant, hatte ich jetzt zu dem Zeitpunkt aber noch nie was von gehört. Die wollen also einen Deal machen mit Deathstroke, der die Titans umbringen soll, aber der lehnt ab. Dementsprechend wollen sie einen Ersatz, der mindestens so gut ist wie Deathstroke, der beste Killer der Welt. Und sie engagieren seinen Sohn Grant, spritzen ihm dasselbe Zeug, sodass er genauso krass wird wie Deathstroke, bloß weiß er mit diesen Kräften nicht umzugehen. Innerhalb dieser ersten Hefte ist es natürlich weiterhin so, dass wir alle Kräfte einmal gezeigt bekommen, dass wir Misskommunikation haben zwischen den einzelnen Teammitgliedern der New Teen Titans. Aber genau das ist es doch, was man sehen will zu diesem Zeitpunkt. Hier kann noch nicht alles perfekt klappen. Ich war verwundert, weil ich mir natürlich auch so ein bisschen Meinung zu den Heften hier durchgelesen habe und viele meinten, dass es alles viel zu gut klappen würde. Das hatte ich jetzt nicht so gesehen, wenn eine Starfire aufgrund ihrer dort noch nicht vorhandenen kommunikativen Fähigkeiten einfach wild durch die Gegend schießt mit ihren Starbolts und damit jegliches Leben aufs Spiel setzt. Von daher ist das schon noch ein Zeitpunkt, wo das Team einfach noch lernen muss. Und das ist noch gar nicht die richtige Auseinandersetzung, die man dann am Ende gegen Deathstroke und Ravager hat. Ein Vater-Sohn-Pärchen, das nur einseitig voneinander weiß. Grant, der aufgrund der schlechten Beziehung zu seinem Vater wirklich verbittert ist, ein richtiger Arsch zu seiner damaligen Partnerin, die sich dann auch von ihm trennt und er dann auch aus Verbitterung dieses Angebot von Hive annimmt, das ihn später in sein Verderben treiben wird. Also das ist auch eine sehr tragische Geschichte. Man sieht, dass Deathstroke hier schon als Schurke sehr facettenreich angelegt ist, der natürlich immer noch die Grundzüge eines Schurken hat, aber durchaus besorgt war um seinen Sohn, immer nur das Beste wollte und die kommende Gefahr nicht verhindern konnte. Man sieht, Deathstroke ist ein beschissener Vater, auch wenn er das vielleicht nicht sein will und die Liebe, die kommt ganz klar durch zu seinem Sohn. Er konnte sich aber auch nie öffnen, dass Deathstroke, der gefährliche Mann, von dem er so viele Geschichten erzählt hat, dann das Vorbild von seinem Sohn wurde, aber er hat ihm nie offenbart, dass er selbst Deathstroke ist und eigentlich ein ganz schön böser, böser Mann. Das hier ist losgelöst, eine richtig geile Ausgabe. Also ich habe die hier gelesen in der Dollar Comics Version, um mein 100 Euro Heft da hinten nicht unbedingt weiter zu beschädigen, also gegebenenfalls. Das hier hat einen guten Job gemacht. Das ist eine tolle Ausgabe, die kann man auch losgelöst einfach mal leben, weil sie in sich auch geschlossen ist. Die haben übrigens alle 25 Seiten, die Hefte, mal abgesehen von DC Comics Presents. Also es ist ein bisschen mehr Material als in modernen Comics. Das ist toll, die Auflösung hinten raus. Du leidest mit einem Schurken mit, der seinen Sohn verloren hat. Wenn Deathstroke am Grabe von Grant Wilson steht, das macht was mit dir. Das bewegt etwas in dir. So komisch das auch klingt. Es ist die Autorenleistung von Marv Wolfman, die das unterstreicht, aber auch das Artwork von George Perez, der es hier wirklich wunderschön darstellt. Und ich kann auch aus seiner Perspektive, und da kommt der Schurke halt total durch, verstehen, dass er sagt, ja grundsätzlich sind die Titans hier am Tode meines Sohnes schuld, obwohl niemand Grant auch nur ansatzweise lebensbedrohlich getroffen hätte. Das ist natürlich die Rivalität, die uns über viele, viele Jahre, Jahrzehnte dann begleiten wird. Judas Contract darüber hinaus dann auch noch. Grant Wilson wird nicht das letzte Kind des Deathstroke sein. Und die sind alle ziemlich wandelbar und super wichtig für die Teen Titans Historie. Also natürlich ist Deathstroke der Charakter, der am meisten Brisanz für die Teen Titans bedeutet. Also zumindest als Schurke. Richtig toll. Ich mag das, dass hier so viel mit Familie gespielt wird. Und diese Ausgabe hat mich richtig bekommen. Das war sowohl jetzt mal richtig gut geschrieben als Story. Fand ich toll aus der Zeit. Aber auch die emotionale Ebene wird hier total bedient. Du kannst jeden Charakter hier nachvollziehen in seinen Beweggründen und seinen Anschauern. Aber ich finde es auch enorm toll, wie empathisch, zum Beispiel sich eine Raven, die sich dadurch jetzt noch nicht ausgezeichnet hatte, sondern das komplette Gegenteil für uns war ein großes Mysterium, wie empathisch sie im Moment des Todes von Grant Wilson war. Denn sie gaukelt ihm eine Illusion vor, die ihm zeigt, dass seine Mission, die Titans zu töten, erfolgreich war. Dass er wirklich zufrieden Abschied nehmen kann und nicht in Verbitterung und Groll stirbt. Fand ich total stark. Besonders ausgehend von einem Charakter, bei dem ich es jetzt nicht erwartet hätte. Also total toll. Der Abschied von Grant Wilson, der uns nicht ans Herz gewachsen ist. Dafür ist er einfach zu böswillig gewesen und war zu kurz da. Aber das hat funktioniert und auch das war ein harter Schlag. In Heft Nummer 3 wäre dann die Geschichte rund um Starfire gekommen. Und danach bildet sich eine neue Schurkengruppierung für die New Teen Titans. Und zwar die Fearsome Five. Eine Gruppierung erstmal rund um Dr. Light. Dazu gehört noch Gizmo, so ein kleiner, wilder Technikexperte, geiler Typ. Simon, der sich die Macht innerhalb dieser Gruppe dann an sich reißen wird. Und das Geschwister-Duo Shimmer und Mammoth. Mammoth einfach nur ein ganz billiger Juggernaut-Abklatsch. Aber funktioniert für diese Gruppe. Einzeln wirken die alle total harmlos. Aber in der Gruppe zusammen hatten die schon eine gewisse Durchschlagskraft und konnten die Titans auch erstmal dingfest machen für diese Ausgabe. Und so gehen wir dann mit dem Cliffhanger später auch rüber in die Ausgabe 4. Dr. Light, ganz interessant. Der wurde 1962 in der Justice League of America eingeführt. In Nummer 12, aber auch besiegt. Und kam dann ebenfalls in einer Brave and the Bold-Ausgabe zurück. Ein Aufeinandertreffen von Batman und Supergirl. Also auch ungewöhnlich, aber ganz interessant. Auch hier schön, dass man diese Gruppe wirklich beleuchtet und dieses Machtgefälle, was auch in der Gruppe herrscht, wirklich ausnutzt, dass Simon sich dann offenbart, dass er auch solch große Kräfte hat, dass Dr. Light für ihn ein Klacks ist. Wo Dr. Light ein schon etablierterer Schurke war und er per mehr oder weniger Casting diese Gruppe auch zusammengetrommelt hatte. Also auch das hat wirklich gut für mich funktioniert und bietet absolut Potenzial für mehrere Auftritte in dieser Reihe. Und die werden sie auch noch haben. Ansonsten alles erste Auftritte dieser Charaktere. Von daher ist noch viel zu erwarten und viel auszuschreiben für diese Figuren. Wir sehen immer wieder zu diesem Zeitpunkt schon, dass Dick sehr, sehr misstrauisch gegenüber Raven ist und Wally, der manipuliert wird von Raven, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, immer sehr schützend vor sie springt. Heißt, du hast sowohl ein, zumindest ein Vertrauen, was so noch nicht da ist zwischen Dick und Raven, als auch eine sich anbahrende Rivalität zwischen Dick und Wally. Wie die sich dann gestaltet, wenn das auffliegt, dass Raven ihn nur die ganze Zeit manipuliert hat, das müssen wir gucken. Da habe ich auch großes Interesse an einem klärenden Dialog zwischen den beiden Sturköppen, denn das sind die auf jeden Fall. Wir sehen hier auch schon, den haben wir schon mal in der DC Comics Präsent Nummer 26 gesehen, den neuen Titans Tower, was ich als ein unfassbar cooles Gebäude ansehe im DC Kosmos. Früher fand ich es gar nicht so geil, als ich damals auf RTL 2 zum Beispiel die Teen Titans Cartoon Serie geguckt habe. Aber so aus jetziger Perspektive finde ich schon geil. Ah, geil, auch dargestellt, auch hier wieder von George Perez, mega. Es gibt einen unbekannten Spender, der dieses Gebäude zur Verfügung gestellt hat. Okay. Der befindet sich noch im Schatten und auch in Ausgabe 4, das ist für das 3. In der 4 sehen wir auch nochmal Kameras, die unsere Helden beobachten. Und auch da sehen wir dann zumindest als Silhouette schon mal wahrscheinlich den gleichen Strippenzieher. Da bin ich auch sehr gespannt, da weiß ich überhaupt nicht, wer da auf uns wartet. So viel ich auch manchmal in die Vergangenheit hinein weiß bei DC, aber keine Ahnung, wer das war. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Ansonsten wird die Nummer 3 noch genutzt, um zu Changeling nochmal ein bisschen mehr Input zu geben, dass seine Eltern verstorben sind. Seine Ziehmutter ist verstorben und sein Ziehvater ist auf der Suche nach dem Killer der Ziehmutter. Uff, ziemlich wild. Also auch hier ganz merkwürdige Familienverhältnisse, die auch enorm viel Potenzial in sich tragen. Auch zu Raven bekommen wir hier wirklich Stück für Stück jedes Heft ein bisschen mehr Informationen. Wir sehen hier schon den Tempel von Azeroth und ein bisschen Input zu Trigon, der auch immer wieder kleine Cameo-Gastauftritte hier hat. Unsagbar spannender Charakter, dessen Origin wir dann in der Nummer 4 beleuchten, dessen Jugend wir da so ein bisschen durchgehen. Aber auch da ist alles bisher nur aus der Distanz für uns so zu erfahren. Ich freue mich auf das erste richtige Aufeinandertreffen, weil David hier wirklich als dimensionale, also dimensionsübergreifende Gefahr gesehen. Das ist schon Ausmaß, das hat man jetzt nicht so oft bei DC. Ansonsten will ich auch gar nicht so groß auf die Ausgabe 5 jetzt noch eingehen. Ich habe halt sehr viel zusammengenommen bei den Charakteren, was hier so im Laufe der Hefte passiert ist. Das Aufeinandertreffen mit der Justice League, riesige Kommunikationsprobleme, wo sowieso schon Streitigkeiten und Rivalitäten herrschen. Beispielsweise in dem Moment, würde ich das so bezeichnen, zwischen Bruce und Dick, die hier vollkommen aufeinandertreffen. Zwei auch hier wirklich engstörnige Vollidioten in dem Fall, die wirklich nichts Gutes am anderen sehen können in diesem Moment. Das sollte sich natürlich über die nächsten Jahrzehnte wieder glatt ziehen. Aber in diesem Moment sind die beiden echt spinnefeind hier. Also das wird auch sehr interessant zu sehen sein. Und ansonsten ist das hier eine Ausgabe, die mich dann doch vom Artwork her sehr stark an Jack Kirby erinnert hat. Also da sind sehr, sehr viele Einflüsse, die Paris hier verarbeitet. Aber das hat funktioniert. Und wir merken, solange diese Helden sich nicht grün sind, nicht nur innerhalb der einzelnen Gruppen, sondern auch miteinander. Die Erfahrenen, die halt auch teilweise wirklich schlechte Vorbilder sind, schlechte Elternteile im Falle von Bruce als Ziehvater für Dick. Deswegen, dass man sich da auch so ein bisschen loslösen muss. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die junge Heldengeneration jetzt sagt, komm, wir machen unser eigenes Ding. Und vielleicht machen wir das auch ein Stück besser. Also es ist schon sehr konsequent, die beiden Gruppen hier auch mal wirklich aufeinandertreffen zu lassen und gegeneinander antreten zu lassen. Letztendlich war das alles für die Katz und Werther, es prophezeit Raven, die natürlich immer einen Blick hat. Aber es vertraut ihr natürlich keiner. Und das vielleicht auch zu Recht, wo sie Charaktere aus der eigenen Gruppe für ihre Zwecke manipuliert hat. Ich fand das total toll, auch das Aufeinandertreffen mit der Justice League. Man hat zum Beispiel eine Zatanna, noch im ganz klassischen Design, habe ich das gar nicht erkannt, muss ich ehrlich sein. Da der Zest ist Gypsy. Ach nee, das käme ja noch später mit der Detroit-Ära. Also wir sind ja in der Satellite-Ära von der Justice League. Zatanna habe ich nicht erkannt, muss ich ehrlich gestehen. Nein, aber es ist wirklich cool. Es dient nur dafür, den Trigon-Plot weiter zu stricken. Und die 4 zum 5 haben wir jetzt zu dem Zeitpunkt erstmal beiseite gekehrt. Die werden aber auch noch ihre Auftritte haben. Und Trigon wird toll. Da wird etwas passieren, was uns schon einige Hefte vorher angekündigt wurde. Dass er seine Dämonen jetzt auch auf die Erde lässt. Und das wird, denke ich mal, unser erster großer Hauptplot werden. Der Kampf gegen Trigon. Und Gott, habe ich da Bock drauf. Also, was bleibt nach der ersten Folge für mich als erstes Fazit auch stehen? Ich habe unfassbar viel Spaß mit diesen Heften. Ich komme aus einer Zeit, die ich sehr, sehr gerne mag. Und sicherlich schaue ich über die ein oder andere Schwäche so ein bisschen hinweg. Aber hier liegt so viel Großartigkeit auch drin. Sowohl von Marv Wolfman als auch George Perez. Als auch das Zusammenspiel. Dass man nur begeistert sein kann, meiner Meinung nach. Es lohnt sich, Zeit mitzubringen. Sich darauf einzulassen, sich fallen zu lassen. Jede Seite, jedes Panel auf sich wirken zu lassen. Das ist richtig, richtig klasse hier. Ich freue mich unendlich weiterzugehen in der Reise mit euch. Und diese ganze Geschichte rund um die New Teen Titans mit euch in vollem Umfang zu erleben. Ich glaube, das wird eine der tollsten Reisen, die ihr hier auf diesem Kanal verfolgen könnt oder auch konntet. Denn ja, ich glaube, das hier kann seinem Ruf definitiv gerecht werden. Selten habe ich so viel Potenzial in einer Reihe gesehen, als ich sie neu begonnen habe, wie in dieser. Das war nicht mal so bei Green Lantern. Da wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Ja, aber das war in der Ausgabe 1 damals noch nicht so abzusehen, was da alles kommt. Hier sieht man schon, was werden kann. Ich bin unfassbar gespannt und freue mich enorm auf die nächsten Folgen. Wir sehen uns im Laufe der New Teen Titans Reise. Bis zum nächsten Mal.